okay also ein ganz normales level diesmal haben wir uns auch alle drei münzen ja das wird doch nichts dort ist dann wird das recht gut ja ja nicht mal nicht mal wo er aber mehr glück gerade bei mir oder bei dir bei dir voller geldregen ja 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 was sagst du ich bin ein idiot Weißt du, weil ich in diesem Spiel noch nicht getestet habe? Ich glaube, ich kann nicht mehr, weiß klar. Oh, du fliehst, Alter, komm ich da runter. Gar nicht, Dreh mal, chill mal. Da springen wir auf den Korb, jawohl. Bist du mal auf, mich hier zu benutzen? Ey, Vorsicht. Na, kommst du? Ja, ist okay. Ich hab dich runtergeschubbt. Wenn du mich nicht hättest. Wenn ich dich nicht hätte? Ränder durch. Ich hab wohl das Mindeste, hab ja schon mehr, weil ich den Arsch gerettet. Was? Häh? 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 Längst mich ab mit deiner Scheiße. Ja. Oh. Da oben, siehst du. Bitteschön. Ja, ich hab dich davon aufgenommen. Ja, weißt du. Ja. So, also mal festzustellen, hier hatten wir vorhin den ersten mitzunehmen. Ja, da bin ich beinahe den dessen mitzunehmen. Ja, Gott sei Dank ist in dem Moment das passiert. Ja. Lass dich. Du musst mir jetzt fangen. Ja. Lass mal das jetzt mit dem Rand. Okay, wir können. Und die immer wieder abzuschießen, ne? Oh, Vorsicht, die haben auch noch gefallen. Ja. Guck mal, die nehmen die Münzen für uns, ist das nicht nett. Ja. Das ist cool. Ich krieg die oben. Und die auch. Jawoll, hab alle. Gut. Nice. Achso. Achso. Ich bin so schnell. Ja. Respekt. Hast du noch gekriegt? Oh Gott. So, okay. Die da oben nicht kaputt machen, ne? Nein, hab ich nicht vor. Ich will die... Wieder. Wieder. Jetzt nochmal schön. Komm ein Stück vor, bitte. Da. Yay. Komm. Als ob wir es wussten. Ah, guck mal, ich bin der erste. Oh. 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 Oh Gott. Oh, ich seh. Ich esse nicht. Geh rein. Ich esse. Ach, danke. Ah, ich komm, ich komm nicht! Ich komm nicht! Ah! Danke, dass du mich einige zur DM schicken wolltest. Schon in Ordnung. Ich weiß nicht mehr. Er sagt einfach so, nö, du nicht. Ich... Aua! Ja! Oh. Sag mal. Oh. Oh. Ja, klau mir wieder beide. Ich muss auch mit uns durchschnitten. So, jetzt bin ich erst. Ja, komm du wieder nach bei mir, aber ich bei dir nicht. Ich bin doch auf dem Schuss. Danke. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Warte. Schnell dann. Ein Meisterplan. Entschuldigung. Nichts Levels, einfach Wortlos, Kommentarlos? Äh, doch, lass mal mach' ich. Ich will mal was versuchen, mir fällt grad was auf. Doch. Ich will das einfach... Hey, guck mal, wie viel Leben ich hab' nicht. Warte mal eben. Sein Ernst, oder so? Mach das mit dem Fuß! Oh Mann, bist du eklig. Den Controller, den fahr' ich nie, nie wieder an. Verspreche es dir. Wie schlecht ist das denn jetzt? Wie schlecht ist das denn jetzt? Ja, das mach' ich nicht auch gut. Warte mal, man kann ja bestimmt mit Wandsprung... Jawoll! Okay, mehr ist da oben, mach' nichts. Oh, cool, du kannst Eis machen. Scheiße, hab' ich deine Blumen jetzt auch weggefressen? Mach' nichts, für'n Feuer. Feuer und Eis, das ist das gute Kombi. Hey. Kann ich dich einspielen? Hallo? Wird ja so eine gute Frage. Uh-oh. Wie langweilig. Wie langweilig. Wie langweilig. Wie langweils? Wieso? Wie langweilig. Wie langweilig. Wie langweilig. Wieso... Oh, du musst sicher hin. Welcheante? Ach so. Wieso? Gute Berschein Ja ich muss eigentlich immer das Rwith Wichtig ist aber doch mit den Ring Sehr schön Ja, genutzt, bitte Ja, genutzt, wieder Hey, genutzt was ja nee ist klar finde ich wieder jede scheiße oder weil ich den anderen da reingeworfen habe ja 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 immer raus reden hier wie komme ich da ran das weiß ich nicht ich hab sie ja ich gehe dafür sterben da kommt ein pilz für mich angeflogen der wollte gar nicht zu mir links gibt es beide in der video beschreibung auch gleich geht auf jeden Fall klar ja mach noch mehr etwas jetzt oh guck mal ich hab mal wieder ein Blümchen oh wow ok bis oh ok was auch hier ist da wieder rum oh mein Gott schaffst du es ja ja dann schaffst du schon irgendwie oh mein Gott ja renne nicht so weit ich kann nicht ich wollte einfach da nach rüber oh hättest du tiefer reingenommen oh Gott ok warte warte du kannst jetzt nicht wir kommen nicht mehr runter doch nicht sterben nein nein ich sterbe nicht aber ich will ihn noch nicht wieder weil wir können jetzt ein bisschen runter gehen wieder das war absichtlich von nur gucken was passiert wenn ich da reingehe das wäre da der geile ich gebe dir geile mal ein Geheim Entschuldigung wir wollen es nochmal du hast jetzt ein Leben von mir verstanden ja ist ok ich hab verstanden ja ja ist ok ja du bist der erste wieso bist du eigentlich du der erste mein Spiel meine Konsole stimmt du hast mir ein PS4 geschenkt ja du hast mir ein PS4 geschenkt stimmt ok da sind Filze drin ich bin leider oh nein nimm du die Blume ich nicht mehr ich hab dir jetzt grad versaut jetzt musst du den jetzt nehmen jetzt bin ich wieder drauf ok ich komm dann wieder runter ich komm wieder runter ich komm wieder runter ich bin gerade in die Meinen ich bin gerade in die Meinen ganz nach vorne ganz nach vorne ja so Dallye ist es auf den nächsten ist ja nicht geht's zu schnell Jo Wow ok ich weiß was du machst ich bin nicht mehr ich bin noch nicht mehr weit kann noch ruhig runter fallen ich krieg gar nichts du bist total dooh du bist total dooh ich weiß nicht wo ich da rein ist oh je ich bin nicht mehr hier mit der god hat ich steh ich bin schon schnell hier leger geraten ich hab's ja oh da ist ne röhre ah du schießt dich hoch Stimmt, komm her, 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 au, ich bin auf so'n Scheißling angewiesen, wo bist du hin, da, warum hast du gestorben, ne gestorben bin ich, hab kein Leben verloren, so, ich hab kein, oh ja, ist schön, ich versuch's, flop, 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 ah, Okay, wir sind da hoch, ich nimm dir erstmal den Pilz, bevor einer von uns vielleicht wieder findet, dann hat man ein paar lieben Hälfte, okay, lassen wir mal hoch, aber wir müssen mal ganz hoch gehen, hoher, alle hoch, haha, ich bin oben, okay, warte, warte, ich kann mal, nein, geh rein, geh rein, ja, ne, jetzt hast du es, achte, der Pilz soll erstmal kommen, wir sind doch schon, der kommt noch weiter hoch, man, wie soll ich das haben, ich muss irgendwie in den Endg-Kampf kämpfen, Wenn wir keinen Pilz haben, das verstehe ich, ich steppe zuerst, soll dich auf den Arm nehmen, dann steppst du nicht zuerst, wow, okay, Vorsicht, weg, 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 ich weiß nicht, was passiert, ach so, ich mach das nur nochmal, einfach um den Kopf rum, ja, so einfach um den Kopf rum, einmal noch, einmal noch, schaffe ich's, ja, mach das, nein, ja, klar, lass mich helfen, ja, oh, Mann, ja, Wieso lässt du mich an solchen Sachen alleine, bist du behindert oder so? Frauenpower! Ja, und gleich merkt das wieder rum, wenn ich hier irgendwelche Sachen mache, ne? War doch gut. Du hast dich was hängen lassen. Du hast es doch geschafft, was willst du denn? Ja, ist doch okay. Nein, so gott sich. Ich liebe dich auch. Nein, nicht mehr. Doch. Nein. Ich spiele dir nicht mit Gedanken, ach so, ja, das ist dann immer nur auf der Wii-Mode am Arbeiten. Nein, ich will nicht. Nein, jetzt nicht. Wir machen ja noch deine Einstellung. Du bist Spieler 1, ich hole mal etwas zu tun, ich will. 인데요. Das war sehr gut. Ich bin auf jeden Fall im zweiten Mal nachdem ich den Rücken habe. Ich bin bei der Zeit zu sehen, dass ich die Rücken habe. So, ich bin in der Zeit noch. Ich bin in der Zeit. Ich bin in der Zeit noch einmal. So, wir haben nur kurz zu gucken auf die Spieze, mit dem Augenbehalten. Wir haben jetzt zwölf Minuten, aber ich würde so eine halbe Stunde beginnen. So. So, ich sollte dann eine halbe Stunde mein Gesicht erst fahren. Ja und meins. Scheiße, ich hab mein Getränke da wieder hochhalten, mit dem Schöpftmarkt? Scheiße, fuck. Warte, was ist das? Oh, das ist einfach, das mag ich. Das ist einfach, das mag ich. Hallo! Alter! Bummst du dich gerade? Da nimmt dich jetzt. Du doch da. Ja, hier nochmal. Lass mir von denen nichts sagen. Das sind Magic Mushrooms. Oh mein Gott! Ah, das hat dich gefressen. Das hat dich gefressen. Das hat dich gefressen. Das hat dich gefressen. Das haben wir nicht kommen sehen. Das hat dich gefressen. Oh, ich glaube ich weiß, was hier drin ist. Ich bin zu viel voller Rettung. Ah! Yashis! Ich bin rosa. Oh mein Gott! Ich bin ein rosa. Ich bin ein rosa. Ich bin aber eine rosa. Oh, ich bin ein Stück voll geworden. Nimm das. Nimm, 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 nimm. Oh mein Gott! Ich schläge ihn, ich versuche ihn zu schlägen. Ich habe ihn gegessen. Das passiert, wenn ich voll will. Das wäre ganz schön. Wie dieses Kapitino. Wie kommen wir denn da oben? Mann, das ist so cool. Ja, danke. Oh, oh, sorry. Ja, danke. Und dann merken wir meine Idee, ne? Ahahaha! Ich habe fast Yoshi verloren. Ja, wegen dir eben auch. Okay. 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 Oh! Mein Gott! Yoshi! Alter! Haha! Ja, aber Yoshi fand ich nicht. Haha! Die alle! Oh, war das letzte gar nicht mal so schlau? Doch! War gut. Das ist ein Tristema eigentlich. Ja, ich bin reich gebrochen. Bis jetzt mal auf, mit deinem Fuß immer irgendwelche Waffen anzustecken. Ich nicht. Aber ich mach doch gar nichts. Ich nicht. Oh! Junge! Ja, siehst du, dass ich da hinspringe? Kannst du mal gucken, vielleicht was ich machen? Ob ich wo ist? Ja. Ich hab mich ganz geschlossen. Boah! Wir... Was? Ja, weil ich das... Als ob du es gewusst hättest. Ja, weil ich das... Ja, ich bin ein Schlau. Als ob! Als ob! Wenn wir da auch mal so ein Zufallsmoment. Ich bin fast voll, guck mal. Ich bin fast voll, guck mal. Ich will den Tag mal erleben, wie du mal voll bist. Ja! Oh, guck mal, ich rutsche nicht rein. Oh, der Brot ist denn. Hallo, du bleibst voll mal raus aus, naja. Ich hab mal all gemacht! Mit der Blume! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Oh, ich hab's zu viel erst. Wie süß! Wie süß! Wie süß! Ja, wo man eben vorbekommen, ne? Das war übelst... ...übelst gut! Oh! Ja! 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 Voll Koop, Alter! Das war Spaß! Ne! Voll! Wart um! Scheiße! Ich hab die ganze Zeit eine Stahlfigur gehabt! Nur mehr. Schieß! Los! Weitern! Oh mein Gott! Ja! Da fällt man dann einfach gerade. Das war echt riskantisch, ne? Ich sprich einfach mal los, 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 ne? Ich sprich, ähm, 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 ähm... Ne, diese Feuerspup, Pflanze hab ich geschluckt. Da guck ich, nur deinen Feuerball schluckst, kann ich den Feuerball spucken. Oh! Ich sprich einfach mal los, ne? Oh, da geht's nach oben. Siehst du was, da gehen Münzen hoch. Die müssen bestimmt irgendwie hinterher. Warte, warte, warte. Was? Was hast du getan? Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich baue dir hier oben die Dinger hin und dann gehen wir da hoch. Da ein? Ich mache das jetzt mit der Hand, Leute, keine Sorge. Ja, ich glaube, das will keiner. Komm mal. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ich schaue dir den Bumbald an. Wenn du Sprung gedrückt hättest, mache ich vom Doppel. Ja. Okay, scheiße, noch mal scheiße Platz. Boah. Ja, gut, okay. Es fehlt eine Münze, aber ich fand es war gut. Ey, du warst noch ganz oben. Ja. Richtig gut. Richtig gut. Das war voll. Hey. Ja, ich bin halt toll. Guck mal, da ruft jemand. Hey. Hey, hey. Ich hab's geniert doch. Hey, warum? Weil ich toll bin heute. Unnötig. Na und es ist ein Feld. Unnötig. Ach, weil ich so unnötig bin. Ach, das ist doch unnötig. Nein, du bist unnötig. Ja, ich weiß. Schön, dass du drüber geredet hast. Na, dann geh links lang. Ach, das ist wie damals. Ach. Boah. Los jetzt. Komm, rein zusammen. Ja, hau rein da. Junge. Ja. Ja. Ey, guck mal, ich hab 15 Ideen, wo du mal waren überschaltest. Oh, okay. Oh mein Gott. Ich glaub schon mal los, ne? Ja, du, mach schon mal. Ich komm gleich mal hinterher. Ja, find ich nett. Also, du bist stolz. Oh, da unten ist ein Geheimergang. Das seh ich doch jetzt schon. Ja, aber klar. Ja, bitte. Guck mal, wo du das bist. Ey. Sag mal. Junge Mann. Ey, ich schwör, ich war das nicht. Mann, ich glaub, es hackt hier oder fach. Ich schwör, das war nicht. Boah, alter. Ich mag das Level, wir haben das richtige ausgedrückt. Ja, oder? Ja. Noch mehr. Geh ich dir unten lang? Nein. Das mach ich jetzt. Ich hab mir das Leben geholt. Was, was, was? Hast du überhaupt ne Ideen zu gestern? Hallo. Tatsächlich. Am Ende hatte ich ja eine Idee, aber das war dann zu spät. Da sie schnell und her springen, mein Fuß, schnelle Plattformen dauert. Ich springe mal gegen hier. Ja, hab ich. Oh, wow. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ja, hab ich. gut gesagt, hast du noch raus. Ich hab's nicht. Hey, ich hab's nicht. Aber, dass du auch ein Spiel genießt bist. Du hast dich Mario Kart spielen sehen. Das war was anderes. Das ist, äh, ein Spiel, was Freundschaften trennen. Sie sind nur nach ihr, Freunde. Wir lieben uns. hallo ja du lässt sich auch noch gut gemacht ja ich war irgendeiner muss ja die goldene rechte ist ein bisschen rassistisch um die rechte ist die richtige die rechte und dann ist sie auch noch wollen ich habe so geschaffen nicht ja ist ja auch hier verstanden haben wir kommen mein leben an die doch damit wenden wir dann das video das schaffen so wie es jetzt springen oder man kann da oben lang doch doch ich bin ja noch nicht das ist ja noch ich habe ja Oh, okay! Ja! Ja! Scheiße, wenn du jetzt steckst, dann steck ich auch damit, oder? Ich weiß, das heißt, jetzt liegt der Eis um hier. Traust du mich? Absolut. Ah, ich sehe, das ist schon gekackt. Oh cool, ich kann langsam fallen damit. Ich finde uns gut. Haha, ich auch. Warte, ich werfe dich mal immer. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich schaffe es! Das wird der Huckepackpack! Oh fuck! Vergiss die Münzen! Vergiss die Münzen! Würde ich ja gerne, aber ich kann gar nicht anders! Weißt du, jetzt gehst du wieder mit deinem Gameboy-Tonnel an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier, das beide gekriegt, freudig. Haha, ich bin toll! Oh mein Gott, ich mach mir gleich in die Hose! Oh mein Gott! Biss mal rein! Weil ich hab eigentlich sie jetzt wegzuwerfen, wenn ich von da gehen. Das wird schon recht. Ah, das habe ich damit auch! Du hast mich getötet! Oh, fuck. Ja, gut lag und so. Ich werde das erst mal warten, bis ich... oder was alleine? Das, das ist... wenn du das Ding drauf hast, ist das gar nicht so schwer, aber das... Ich kann dann diese Begabungen im Spiel. Ja, ganz schön. Ich seh von hinten so hässlich auch das gerade gesehen, da hatte ich so'n fette Arsch. Du hast keinen Arsch. Endlich habe ich meinen Arsch, denke ich, meine Freundin, die gerade... Ich geh vor. Das ist aber cool gemacht. Ja, ich habe ja auch nie gesagt, dass du schlägst. Oh. Ich dachte, dass wir ein Scheiter... Wir sind anscheinend jetzt gerade auf dem Schiff. Ja! Mit ihm! Mit Lenny! Okay, vorsichtig, die Bälle tun weh. Und die tun mit Sicherheit auch weh. Achtung. Ja. Ich hab's in dir gleich. Sehr klar. Ich höre dich gleich wieder? Ja. Und dann machst du den jetzt nicht drauf. Nee. Du bist wieder da. Gehen wir lange. Ja. 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 Alter. Das ist ja wieder die Akkustik, eh. Oh. Wow. Gut gemacht. Respekt. Also für den... Spost in der ersten Welt fand ich den nicht leicht. Nee. Ein Glück, der sich schon tot war. Aber ja, sowieso... Hier, guck! Na, wahn, 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 wahn. Da hab ich ja eh nicht aufgeteilt. Ich weiß nicht, warum. Das ist richtig schlecht. Ja. Hier musst du sagen, Schaffi sei tief. Aber gibt's noch Schaffi. Ich glaub, dein Unfall geboren. Könnt du mal. Ja. Speichern. Ja. Speichern. Ich würde sagen, wenn wir den ersten Teil von der zusammen spielen. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Schau mal, ob davon noch mehr kommt. Schauen wir die Rezension nach diesem ersten Spiel sind. Schlecht. Ja, Freunde, wirst du nicht machen. Schlecht.